Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 879 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Für eine gute Sicht muss die Brille regelmäßig gereinigt werden. Für eine gute Sicht muss die Brille regelmäßig gereinigt werden. Mein Mann unterstützt mich gerne bei der Zubereitung der Mahlzeiten. Mein Mann unterstützt mich gerne bei der Zubereitung der Mahlzeiten. Ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Ich bekomme Panik, wenn ich nur daran denke. Ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Ich bekomme Panik, wenn ich nur daran denke. Ich bin Biologin. In unseren Gewächshäusern experimentieren wir mit Pflanzen. Ich bin Biologin. In unseren Gewächshäusern experimentieren wir mit Pflanzen. Zeigst du mir die Fotos, die du im Urlaub gemacht hast? Zeigst du mir die Fotos, die du im Urlaub gemacht hast? Zeigst du mir die Fotos, die du im Urlaub gemacht hast? Ich studiere Psychologie. Dieses Semester ist meine Bachelorprüfung. Ich studiere Psychologie. Dieses Semester ist meine Bachelorprüfung. Mama nimmt mich mit. Wir paddeln auf dem See. Mama nimmt mich mit. Wir paddeln auf dem See. Mama nimmt mich mit. Wir paddeln auf dem See. Viele Lebensmittel werden aus Pflanzen hergestellt, aber sie sehen aus wie Fleisch. Wir haben die beworbenen Medikamente in dieses Regal gestellt. Wir haben die beworbenen Medikamente in dieses Regal gestellt. Die roten norwegischen Häuser befinden sich in der Nähe des Wassers auf einer Insel. Die roten norwegischen Häuser befinden sich in der Nähe des Wassers auf einer Insel. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir haben diese antike Uhr in einem Londoner Museum gesehen. Wir haben diese antike Uhr in einem Londoner Museum gesehen. Die Schraube ist sehr klein. Ich habe den passenden Schraubendreher. Wir bauen 30 Windkraftanlagen in dieser Gegend, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werden. Wir haben den Durchbruch geschafft. Das Team bespricht die letzten Details. Manfred sieht zu, wie seine Drohne über den Wald fliegt. Manfred sieht zu, wie seine Drohne über den Wald fliegt. Manfred sieht zu, wie seine Drohne über den Wald fliegt. Ein Snowboarder macht einen riskanten Sprung. Er bereitet sich auf die olympischen Winterspiele vor. Zu gepflegten Händen gehören für viele Frauen auch lackierte Nägel. Zu gepflegten Händen gehören für viele Frauen auch lackierte Nägel. Der Junge hat viel Spaß in einer schlammigen Pfütze. Der Junge hat viel Spaß in einer schlammigen Pfütze. Hast du schon einmal einen Sonnenuntergang am Meer erlebt? Hast du schon einmal einen Sonnenuntergang am Meer erlebt? Unsere Katze wird heute fünf Jahre alt. Meine Frau hat einen Katzenfutterkuchen gemacht. Das Wasser ist angenehm warm zu dieser Jahreszeit. Weißt du, wo meine braunen Sandalen sind? Ich kann sie nicht finden. Ich feiere meinen Geburtstag alleine. Niemand ist gekommen. Ich feiere meinen Geburtstag alleine. Niemand ist gekommen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Außerdem geht's. Vielen Dank.